Ja, das ist schießen. Jetzt ist er zu weit gegangen, ey. Ich könnte doch kotzen. Das haben wir auch noch nicht gesehen. So dumm war ich noch nicht, mich da hängen zu lassen. Warum? 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 Ich muss mal das hier gerade hier wegschieben. Nur weil ich da hinten die eine behinderte Mine da... Beth? 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 Mann. Jetzt wollte ich aber erst mal gucken, ob man da chanten kann. Nein. Dann will ich aber... Das wollte ich gemacht haben. Aber es bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich das wieder verkomme. Das ist mir hier in Ruhe. Ich darf das jetzt nicht verkacken. Bitte nicht. So, das wär's schonmal. 50% haben wir. So. Na gut, das letzte Mal hat's ja auch funktioniert, als ich da stand. Das wär besser, wenn ich da stehen will, weil ich dann genau in der Mitte stehe. Geht da ich zurück? Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das im zweiten Teil noch so ist, dass der dann zurückgeht. Na gut. 21. 22. 23. Den 1 23. 30. 40. 25. 30. 30. 30. Ich tu nämlich nicht so ganz trauen hier, ey. Eigentlich müsste ich es jetzt schaffen. Eigentlich. Oh, ich wollte schon sagen, hey, boah, ey. Hat Glück. Fick dich. Gibt es irgendwie ein Geheimnis, ein Geheimnis? Ne. Hier. Ne. Okay. So. Jetzt nur noch hoffen, dass wir nicht abgeschossen werden. Hehehe. Jetzt bin ich noch grad ein bisschen schiss, doch. Gut, die Mine ist noch aus. Oh, Wunderbärchen. Oh, nur noch eine Mine. Oh mein Gott. Auf. Das war mir jetzt wert. So, rein da. Speicherpunkt. Oh, und da ist es. Oh, endlich. Ich wollte gerade sagen, es hat eine Fledermaus. So, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Ich speichere das hier erstmal ab, weil das war gerade hier ein bisschen so... Oh, das will ich nicht nochmal machen. Ich glaube, ich war auch ganz leise. Glaube ich. Ja, die Spiele-Lösche-Datei. Ja, wir tun das da. Ja. Wisst ihr, also ich habe das schon mal gefragt. Wisst ihr, ob das funktioniert, dass man irgendwie Speicherstand überschreiben kann? Weil ich finde das irgendwie ein bisschen dumm, immer zu löschen und dann... Na ja. Gut, dann gucken wir uns mal hier das Händchen mal an. Scraps. Scraps sind scharf auf ihr Territorium. Das einzige, das sie mehr lieben als dahinschleichende Mudakons... Da ist ein Schreibfehler. Ich glaube, das ist der erste Schreibfehler, den wir haben. Äh, nochmal. Scraps. Punkt. Scraps sind scharf auf ihr Territorium. Das einzige, das sie mehr lieben als dahinschleichende Mudakons... Achso, da fehlt ein Punkt. Was? Ich verstehe das nicht. Ähm, das einzige, das sie mehr lieben als dahinschleichende Mudakons... Als Imbiss zu sich zu nehmen. Achso. Das einzige, das sie mehr lieben als dahinschleichende Mudakons als Imbiss zu sich zu nehmen, ist, sich gegenseitig eins auf die Mütze zu hauen. Wenn du einen siehst, hau ab. Wenn du zwei siehst, genieß die Show. Das ist ganz schlimm zu lesen. Besonders, wenn da ein Schreibfehler drin ist. Und man keine Kommas und Punkte erkennen kann. Steinschlösser. Unsere Tempel sind dunkel geworden, seit das Magok-Kartell die Mudaken versklavt hat. Entzünde die heuligen Feuer, indem du die Steinschlösser einschaltest. Wo immer du sie finden kannst. Punkt. Das ist das, wo jetzt... Das ist ja... Erst wenn alle Schlösser eingeschaltet sind, ist es dir erlaubt, an den Initiationsrieden des Tempels teilzunehmen. Ich glaube, diesmal habe ich es richtig ausgesprochen. So, und das ist dann unser Kärtchen. Ähm, ich glaube, wir machen oben rechts... Was ist das denn? Was ist denn unten links das für eins? Gut. Ich würde sagen, wir fangen oben rechts an, weil das sieht scheiße aus. Ja, wir machen das Ganze rückwärts, würde ich sagen. Ja. Mit den Behinderten fangen wir an. Oh, da ist auch, glaube ich, ein ganz... Oder war das im zweiten Fall? Ich weiß es nicht. Was ist denn, wenn wir hier reinspringen? Kommen wir da oben raus? Oh, oh, für Faulenzer. Äh, hat er aber gebracht hier. Mann. So, machen wir das mal hier als erstes. Was haben wir denn hier? Sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Das sagt mir schon ein bisschen mehr, was? So ein bisschen, aber nur. Das Gute ist, das müssen wir uns nicht merken. Wenn wir es jetzt haben, dann haben wir es. So, ich glaube, im rechten Bildschirm müsste jetzt ein Scrap stehen. Ich bin mir aber sehr, sehr unsicher. Nein. Hä? Was ist das denn? Oh, ah, Fledermäuse. Ah! Was sind das für Behinderte? Ich will wissen, ob da ein Dings ist. Komm, tötet mich. Oh, gut, wir wissen aber, da ist nix. Also ich, schon mal, dieser erste Teil hier, den wir hier bestaunen können, schon mal eigentlich total hinfällig. Den braucht man eigentlich gar nicht. Machen wir uns wieder das Glockenspiel. So. Dann wäre dieser Teil schon abgehakt. Nix. Ah, guten Tag. Achso, hallo. Hä, 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 hä. Ich würde mal sagen, äh, fail. Weil ich glaube, der kann sich schneller rumdrehen und zu uns rennen. Ja, toll, jetzt steht er da auf der Seite. Ach so, ein Wichser. Ja. Was soll ich sagen? Tötet er mich sogar. Ach man, das wäre so schön gewesen. Also wir müssen, glaube ich... Entweder, ich kann mich gar nicht an dieses Level hier erinnern. Erstmal so. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Mh... Wir müssen zuerst... Entweder hängen wir uns da dran, wo der steht... Oder wir fahren direkt mit dem Fahrstuhl nach oben. Wobei das mit dem Fahrstuhl wahrscheinlich sogar noch richtig geil wäre, weil der Scrap dann vielleicht direkt in den Abgrund da reinfällt. Das wäre natürlich... Bombastisch. Würde ich Stadt mal jetzt gerade mal so nennen. So, fahren wir mal mit dem Fahrstuhl. Ach man, du blöd Mann, ey. Auf jeden Fall, wir können hier eh nicht weiter. Ist der gerade da runtergefallen? Ich habe den so springen, Mann. Noch ein Stück. Nee, der springt die ganze Zeit da drüber, der Pisser. Mann, 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 Mann. Okay, das Glockenspiel. Das bringt uns aber nicht viel. Das heißt, wir müssen uns doch da dranlegen. Das sieht so aus, als ob hier hinten ein Penis aus der Wand kommt. Da. Hier, das da. Tut mir leid. Das musste jetzt mal sein. Ja, und der tötet uns jetzt, würde ich sagen, ne? Oder können wir den hier irgendwie ein bisschen austricksen? Ja! Blöd Mann! Komm her. Ich will dich da unten reinfallen. Ja gut, ich habe ihn unten reinfallen lassen, aber ich bin nur wahnsinnig gestorben. Gut, dann hängen wir uns dann dort dran. Boah, das ist echt ein Megasi hier, das Level. Oder ich stelle mich einfach nur, wie immer, ein bisschen dumm an. Oh, das wäre auch voll behindert, wenn man dann die ganze Zeit hier nach rechts geht und dann am Ende merkt, ja, Glockenspiel, ne? So, dann legen wir uns mal da oben dran. Ja, los, Schnucki! Ups. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er uns nicht nach oben schleudert. Äh, doch. Nee, doch. Hm? Super. Hier dran kann ich mich dann doch ein bisschen erinnern. Also in diesen Bildschirm an, den einen hier jetzt. Ah. So, da kann uns jetzt eigentlich nichts. Ups.